Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fibroi-Tutorial bei Neues Hobby, Altes Handwerk im Schloss Museum Jepa. Und auch diesmal habe ich mir wieder etwas ausgesucht und zwar will ich heute mit euch etwas ausprobieren. Das handelt sich um dieses Objekt. So etwas ähnliches machen wir jetzt gleich auf und dafür nehme ich euch jetzt einfach mal wieder mit ins Sattelier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020